Gar nichts! Nicht keine! Als er sagte, wir begrüßen Sie, Aua, haben wir so fünf Worte. Das ist jetzt der Hammer! So. Lesen wir mal. Der Vereinsgeschichte zu 60 Jahren. Da kommt noch was. War das so? conjun Sie eine Freundlichkeit im Von vielen Garten. Nun sind wir noch. Stück founding ist ein ganzes Rockyacker, Stoß feature. Verspann sie einen Frau. Denwhen ich die guten Torsten erringiere, dieuttering die Kappe geben, 10.000 Meisterbrauch 10.000 Meisterbrauch Und jeder weiß genau, was ist jetzt F-S-H-O-K-O-K-O-K-O-K. Bei uns im Wohnzimmer 10.000, die den NSV lieben! Und ich möchte euch mein Gefühl ausdrücken. Ich bin todtraurig. Ich bin unglücklich. Ich bin entsetzt. Und immer noch fassungslos. Du hast immer noch deine Zettel verloren. Und ich weiß daran, weil ihr hier seid, haben wir eine Zukunft. Und die Zeit für die Aufstellung heute möchte ich gleich anders nutzen. Deswegen... Ohohohoho! 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 Ohohhohohoho! Ich möchte die Zeit trotzdem nutzen und danke sagen, danke sagen für diese Saison, für eure Unterstützung, danke an alle Ehrenamtlichen hinter den Kulissen. Ohne euch wäre das alles sehr blöd möglich. Ich sage danke an die tausenden Dauerpartner, dass ihr gekommen seid. Jetzt los! Jetzt los! Ich will dich gut auf den Bernd. Ich habe ihn nicht gemacht, ich würde mich nicht kaufen. Ich habe unser E-Hebschaft gearbeitet. Abwechslung! Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Die Verletzten bitte ich vor dem Michael Tönniesplatz vor die Nordkurve zu kommen. Dort kommen Sanitäter und helfen euch. финnd Köln hier Untertitelung des ZDF ist gewünscht. Ich weiß nicht, was ich jetzt mache, was ich jetzt mache. Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020